Don't start the dancing, get crazy all night long, maybe Lady is your song, so we gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone, so let's move it to this music and for once just lose control, as we find out where this party ends, and tonight we're letting go. Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, Jewels, was meine ich mit Jewels? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die geklärt werden muss. Wenn dich das Ganze nicht interessiert, dann musst du trotzdem weiter gucken. Ähm, Jewels, das ist ein YouTube-Kanal, und zwar für mich ein besonderer YouTube-Kanal, und zwar der YouTube-Kanal von meiner Frau. Ja, ihr habt richtig gehört von meiner Frau. Ähm, meine Frau hat sich dazu entschieden, auch mal ein bisschen mit YouTube anzufangen, weil sie das Ganze drum und dran, Videos schneiden, bearbeiten und so weiter und so fort, weil sie das eigentlich ganz cool findet, weil sie sich auch eine ganze Menge von mir abgeguckt hat, hat sie sich dazu entschieden, auch mal einen YouTube-Kanal zu starten. Und das Ganze hat sie auch getan. Und jetzt möchte ich ihr mit meiner sehr kleinen Reichweite, sag ich jetzt mal noch, ähm, ich hab ja, glaube ich, jetzt momentan nur, ähm, 790 Abonnenten. Und also mit meiner Reichweite, die ich habe, möchte ich, äh, dem Kanal von meiner Frau mal eine klitzekleine Starthilfe geben. Und würde mal sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut doch mal einfach bei ihr auf dem Kanal vorbei. Schaut euch das Ganze an. Sie hat bis jetzt nur 5 oder 6 Videos, ähm, wobei ich sagen muss, ähm, wenn ihr auf diesem Kanal seid und schaut euch die Videos an, ähm, dazu muss ich sagen, sie hat gerade erst angefangen. Also sie hat noch nie vorher, ähm, mit einem Videobearbeitungsprogramm oder einem Schnittprogramm gearbeitet. Sie hat noch nie auf YouTube irgendwie ein Video hochgeladen oder ein Bild bearbeitet oder sonstiges. Das ist hier wirklich das aller, äh, die allerersten Male, dass sie das gemacht hat. Also dafür, dass es, ähm, die ersten Male sind, finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, also wie gesagt, äh, schaut auf jeden Fall mal bei ihr auf dem Kanal vorbei. Wenn euch interessiert, was sie macht, das Ganze besteht, äh, steht ja auch in der Kanalbeschreibung. Wenn euch das interessiert, dann lasst ihr doch mal ein Abo da. Darüber würde sie sich sehr freuen. Und ich mich natürlich auch, wenn ich, wenn sie durch meine Hilfe ein paar Abonnenten dazu kriegt, ähm, schaut einfach mal. Mal bei ihr auf dem Kanal vorbei. Den Kanal, also den Link zu ihrem Kanal werde ich mal in meine Videobeschreibung packen unter dieses Video. Also einfach mal draufklicken, abchecken und schaut euch das Ganze mal an. Lest euch, ähm, die Kanalbeschreibung durch und schaut euch mal die Videos an, die sie gemacht hat. Sind, wie gesagt, ihre ersten. Wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert sie doch mal. Und wenn ihr jetzt sagt, hm, ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Abonniert sie trotzdem einfach mal oder verfolgt ihren Kanal einfach mal ein bisschen weiterhin. Und dann könnt ihr euch ja immer noch entscheiden, ob ihr sie abonniert oder nicht. Ja, das war's dann mit dieser kleinen Info von mir. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich an der Stelle erstmal raus, ne. Und bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao. Ciao.